Da, glaube ich, teilen wir die Meinung ja nicht hundertprozentig, wie wir schon immer wieder mal festgestellt haben. Also ich bin da viel stärker der Meinung als du, dass sozusagen dieser Kleber oder du hast das soziale Kohäsion genannt, dass der viel stärker durch solche Maßnahmen kommen kann. Also der Klassiker im Erwachsenenleben, dann ist einfach nach der Arbeit sich auf ein Bier zu treffen, ist eine ganz andere Situation, als wenn du wochenlang miteinander emsig arbeitest. Ich kann es nicht genau festlegen, warum das so ist oder was dann das auslöst, ob es sozusagen der Alkohol ist, wobei ich da nicht so ein starker Trinker bin oder ob es einfach die Gelassenheit und die Lockerheit ist, die halt nachlässt oder das Zeichen von Schauer, wir verbringen ja noch Zeit miteinander, die wir nicht müssen. Also diese Fragen, die sind noch offen, aber meiner Meinung nach ergibt sich immer ein ganz anderes Zusammenarbeiten bei Teams, die diese Möglichkeit haben und hatten. Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser Frage, wie man das online übertragen kann. Ich habe eine schöne gemachte Weihnachtsfeier zum Beispiel letztes Jahr gesehen, wo das, glaube ich, gelungen ist. Da hatten wir irgendwie ein paar Spiele vorbereitet und das ist einfach super aufgegangen. Und das erinnert mich auch an das, was wir im Rahmen von Konzept Kollektiv immer wieder machen. Ich glaube, du brauchst einfach ein gutes Design, du brauchst eine gute Idee, warum du Sachen machst. Und du kannst dich nicht einfach hinstellen, ein Team-Meeting einberufen und dann irgendwie anschaffen, dass man halt jetzt, weiß ich nicht, lustig ist, dass das jetzt zum Teambuilding dazugehört oder was auch immer. Das geht nicht. Du musst da schon viel Energie da reinstecken, um mit diesem Design sozusagen rauszufinden, okay, wir können verschiedenste Dinge machen, die dann auf dem Medium funktionieren, die die Leute zusammenbringen und die dann diesen gewünschten Effekt hervorrufen. Und die dann gucken, was nicht mehr funktioniert. Vielen Dank.